Let's Play Poker Nummer 5 steht an und ich bin wieder dabei, alle guten Dinge sind bekanntlich drei und deswegen soll meine Spende, wenn ich gewinne, erneut an das SOS Kinderdorf in Berlin gehen. Ich meine, die haben es trotzdem verdient, oder? Das muss jetzt nicht mal einfach klappen. Drückt mir die Daumen und seid dabei am Samstag.